Ja, herzlich willkommen zu unserem ganz speziellen Event, das wir heute haben, mit drei Java-User-Groups. Wir haben die Java-User-Group Sachsen hier. Sag nochmal Hallo, Falk. Hallo, herzlich willkommen. Alexander, ich glaube, du kommst auch da, ne? Und dann haben wir noch Besuch aus Wien vom Dominik Gugnjavid. Grüß euch. Hallo. Und aus der Schweiz ist dann auch noch der Donato mit dabei. Hallo, Donato. Hallo. So, wunderbar. Wir sind schon 44 Leute hier. Das ist doch schon mal ganz nett. Hoffen wir mal, dass sich der eine oder andere noch zu uns gesellt. Ich fange mal zuerst mit ein paar administrativen Infos an. Das ist, wie gesagt, ein Event mit drei Java-User-Groups aus drei Ländern. Mit drei Vorträgen, jeweils 20 Minuten. Zwischen den Vorträgen ist dann fünf Minuten Pause. Und wir haben einen Chat. Da ist auch schon eine Nachricht drin. Den dürft ihr gerne nutzen, den Chat, euch zu unterhalten. Ihr dürft auch gerne mal reinschreiben. Das ist bestimmt interessant, wo ihr herkommt, aus welchem Ort. Das wäre ganz toll. Und wenn ihr Fragen an den Speaker habt, dann könnt ihr auf den Fragen-Tab wechseln und die Frage bitte dort eingeben. Wir werden die Fragen dann entsprechend stellen, sofern genügend Zeit ist. In dem Stream haben wir eine kleine Verzögerung von 10 bis 15 Sekunden. Das heißt, wenn ihr etwas schreibt zum Beispiel und wir gehen darauf ein, das kann ein paar Sekunden dauern. Der Grund dafür ist, dass wir den Stream auf Server-Seite für eure Bandbreite und Bildschirmauflösung noch optimieren, so dass ihr keine Stotterer habt, sondern schön einen zuverlässigen Stream bekommt. Wir haben natürlich Feedback-Formulare wieder vorbereitet. Das kennt ihr sicherlich nicht nur von uns. Das kennt ihr auch von den anderen Java-User-Groups. Ist heute aber ein bisschen speziell, weil wir ja drei Vorträge haben und drei Newcomer. Es gibt nach jedem Talk zwei Fragen, die gestellt werden über die Umfragefunktion. Zuerst möchten wir wissen, ob dir der Talk gefallen hat. Dann kannst du eher Ja und eher Nein auswählen. Und dann kommt noch eine zweite Frage, wo du Feedback eintippen kannst als Text. Das ist optional, aber ich denke, jeder der Newcomer hier wird sich freuen, entsprechend Feedback zu bekommen. Wir haben hinterher im Anschluss auch ein Wondami. Das heißt, wenn wir fertig sind mit unserem Event, dann werden alle weitergeleitet, vollautomatisch in eine Wondami-Session, wo auch die drei Speaker sind und da wäre das auch ganz toll, wenn möglichst viele dabei bleiben, um dann hinterher den drei noch zu erzählen, wie das so war, was sie vielleicht besser machen können und ein bisschen Feedback zu geben. Unter allen, die Feedback geben, insgesamt jetzt im Monat Mai verlosen wir von der Java-User-Group Schweiz eine Lizenz für die JetBrains-Toolbox. Das heißt, ihr könnt alle IDEs dort entsprechend ein Jahr lang kostenfrei nutzen. Von der Java-User-Group Wien wird auch noch was zur Verfügung gestellt, ne, Dominik? Ja, genau. Und zwar, wir verlosen unter allen, die heute Feedback geben, also nur für dieses Event, unabhängig, ob ihr jetzt aus Deutschland, Österreich oder Schweiz kommt, zwei JetBrains-Lizenzen. Und ja, wir fordern euch auf, da fleißig Feedback zu geben, damit die Speaker auch dazulernen und besser werden. Super, dankeschön. Also gibt das insgesamt sogar drei JetBrains-Lizenzen. Also es lohnt sich, Feedback zu geben, dann seid ihr automatisch in der Verlosung mit dabei. Gut, das war's schon mit dem technischen Vorgeplänkel. Ich übergebe dann mal an Pfeil. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Danke an Markus für die großartige Organisation. Ich möchte jetzt kurz die Gelegenheiten ergreifen und unserer User-Group etwas vorstellen. Wir wurden 2008 gegründet, damals noch nicht als Verein. Das hat ein bisschen länger gedauert, wenn wir uns einen richtigen administrativen Rahmen gegeben haben, dass es dann 2015 erfolgt. Und seitdem haben wir etwas über 800.000 BesucherInnen gehabt. Wir machen regelmäßige, kostenfreie Veranstaltungen, Abendveranstaltungen. Im Moment natürlich nur online. Ungefähr ein bis zwei je Monat, je nach Jahr, je nach Vortragslage. Und wir veranstalten zwei große Konferenzen im Jahr. Normalerweise, das ist das Juk6 Semicamp, eine Veranstaltung speziell für Studierende, die wir normalerweise in Leipzig durchführen. Und den sogenannten Juk6 in die Idee, eine Eintages-IT-Konferenz für die gesamte Community. Dann trifft sich also wirklich alles vom Entwickler bis zum Manager und der Managerin. Das findet dann normalerweise in meinem Hotel statt. Im letzten Jahr auch online, dieses Jahr auch in Dortmund. Genau. Hier sind unsere sozialen Kontakte. Also wenn ihr euch up-to-date halten wollt, was unsere Anstelle angeht, dann nutzt einen dieser drei Kanäle hier oder einen auf unserer Webseite Juk6 in die Tatwork. Genau. Ich habe es schon erwähnt, der Juk6 in die Idee 2021 leider wieder online aufgrund der unsicheren Situation. Und zwar wird am 1. Oktober 2021 stattfinden. Das ist mittlerweile hier in der Gegend eine feste Größe. Da trifft sich wirklich alles, was Interesse in irgendeiner Form an Softwareentwicklung hat. Also wir sind nicht beschränkt auf Java-Themen. Wir machen hier mittlerweile alles. Und dafür gibt es eine extra Webseite www.juk6 in die Idee.org. Also bitte informiert euch dort. Der Call for Papers ist leider schon vorbei, also einreichen kann man nicht mehr. Jetzt findet gerade die Programmzusammenstellung statt. Es wird dann demnächst das Programm veröffentlicht. Genau. Auch wir haben eine Verlösung. Leider haben wir kein JetBrains-Abo, aber wir haben ein Java-Spektrum-Abo. Und wir an der Verlösung teilnehmen müssen. Bei uns funktioniert es ein bisschen anders und nicht über das Feedback, sondern es gibt eine extra Umfrage. Ganz am Ende, nach Alexanders Vortrag, kommen die beiden Fragen zum Feedback, zum Vortrag. Und danach gibt es nochmal eine Frage, wo man sich für diese Verlösung hier eintragen kann. Genau. Das war es auch schon, was ich zu sagen hatte. Jetzt freue ich mich auf den ersten Vortrag von Alexander. Alexander Wolder von der Spread Group. Die Spread Group ist bei uns auch schon sehr lange Fördermitglied und unterstützt uns in unserer täglichen Arbeit. Und Alexander wird uns jetzt einen Vortrag halten zum Thema Release Early, Release Waffen. Alexander, du hast das Wort. Okay, dann werde ich jetzt mal mein Bildschirm teilen. Und ich hoffe, das funktioniert jetzt alles. Ja, und fang einmal an. Okay, funktioniert. Sehr schön. Also, ich will was erzählen über Release Early, Release Often. Und mich dabei besonders darauf konzentrieren, wie das unsere Organisation im Dev-Team verändert und hoffentlich auch verbessert hat. Ja, wie schon gerade gesagt, ich bin Alexander Wolder. Ich arbeite bei TeamShots. Wir sind ein Teil der Spread Group. Und damit man weiß, um was es geht, das ist unsere Website. Bei uns kann man individualisierte Produkte kaufen in der Shop. Wir sind der einzigste, die wir in unserer Software sind. Das heißt, wir müssen uns nicht darum kümmern, noch zu anderen Kunden zu gehen, die sich auch irgendwie ausrollen müssen. Das heißt, wir sind da auch nur uns gegenüber verantwortlich, wie oft wir releasen und was wir da machen. Das macht es sich ein bisschen einfacher an dieser Stelle. Wir arbeiten mit Scrum. Wir versuchen, so agil wie möglich zu sein. Und ja, ich will erzählen, wie wir vom Ein-Release-Monat zu zweitseln sind, warum wir das gemacht haben und was wir dafür erstmal für Voraussetzungen schaffen mussten. Kurz nochmal, Release Early, Release Often. Das heißt, man möchte möglichst oft minimale Softwareveränderungen ausrollen. Und möchte vermeiden, dass man komplexe Software-Funktionsumfänge ausrollt. Was haben wir gemacht? Wir haben mit einem Release am Monat natürlich sehr oft komplexe Funktionsumfänge ausrollt. Und das sah bei uns so aus. Wir haben alle Änderungen, die wir hatten, erstmal in unserem Development-Branche gesammelt. Und irgendwann, wenn genug Änderungen zusammen waren oder eine gewisse Zeit vergangen ist, dann haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, gut, lass mal einen Release machen, ist jetzt mal wieder soweit. Der Release ist nach unserem Staging-System deployed worden und dort haben wir auch das Testing, Bugfixing und die Abnahme gefunden. Diesen Release betreut, das hat immer nur eine Person bei uns gemacht. Natürlich geht die Entwicklung in der Zeit weiter und dann auch der Fokus der Entwickler liegt in den Dingen, die da jetzt in der Zukunft kommen und nicht mehr auf die Release und die Änderungen, die da drin passiert sind. Das liegt ja schon eine Weile zurück und für die Entwickler war eigentlich, die Entwicklung war sie abgeschlossen, es ist ein Development-Branche und dann, ja, der Release passiert irgendwann später. Ich will jetzt gerade erstmal andere suchen. Fertig war, fertig getestet und es ist alles okay gewesen, dann wurde es ausgerollt. Das hat sich in unserem Git-Flow wieder gespiegelt, haben wir Git-Flow benutzt, ist ja ein Standard, kann man auch noch nachschlagen, wenn man mehr darüber wissen will. Also, Feature entwickelt, ging zurück in den Development-Branche, nächstes Feature entwickelt, ging auch wieder zurück in den Development-Branche. Wenn der Release soweit war, sind wir dann in den Release-Branche gegangen, haben darauf egal die Fixes gemacht, das wurde released, Versionsnummer angehoben und ging auch wieder in den Development-Branche zurück, damit die beiden Branchen einfach synchron bleiben. Wenn wir so ein 1.0 so kaputt waren und ein Hotfix machen mussten, haben wir einen Hotfix-Branche gemacht, deployed und auch wieder in den Development-Branche zurückgemercht, damit alles synchron blieb. Wer war jetzt eigentlich für so ein Release verantwortlich? Die Aufgabe war bei uns im Team, ehrlich gesagt, nicht sonderlich beliebt. Also haben wir es portiert, haben auch eine kleine Druckung für ausgedacht, in Erinnerung, in alten Zeiten war es eine schöne 3,5 Zoll-Diskette. Da haben wir dann immer das Release-Ticket draufgeschrieben und die Person, die das hatte, durfte sich um den Release kümmern. Die Person hatte mainkfaltige Aufgaben. Also erstmal diese ganzen Branches testen und die nächsten zwei Punkte sind dann die, die eigentlich immer am anstrengendsten wollen, Tester kommunizieren und mit den anderen Entwicklern kommunizieren. Weil die Person, die diesen Release gemacht hat, hat ja nicht so einfach eine Änderung betreut und hat nicht den ganzen Code geschrieben und stark nicht so sehr im Detail drin. Das heißt, da gab es viel Kommunikations-Overhead, einfach viel Hin- und Hergerenne. Wer macht jetzt eigentlich was, macht es die Person, die den Release macht, macht es die Person, die es wahrscheinlich entwickelt hat. Also sehr zient, sehr viel Verwaltung und Kommunikations-Overhead. Change-Log schreiben, Versionsanheben, Wallout machen, dann Hotfix und die allerbeliebste Arbeit, dann irgendwie 50 Jira-Tickets zu schließen, weil man schließt dann ja alle Tickets, die irgendwie mit dem Release drin sind. Zu guter Letzt, das auch noch viermal, unsere Plattform besteht aus vier Projekten, das heißt, macht man nicht nur einmal das Ganze. Und am Ende hat es ungefähr dann eine Woche gedauert, bis es wirklich alles live war. Das hat für uns Probleme gemacht. Das größte Problem und eigentlich auch das wichtigste Problem, die Ownership. Wie gesagt, die Implementierung für den Entwickler hat geendet an der Stelle, wo es mit dem Leveler-Brunch ging. Und danach, der Release war weit weg. Wenn der Release da war, wurde man wieder rausgerissen aus seiner... Aber es war, wie gesagt, ein sehr ineffizienter Putz. Das Risiko bei so einem Release, der alle Dinge von vier Wochen sammelt, ist natürlich sehr hoch. Die einzelnen Dinge haben nur ein kleines Risiko, schief zu gehen. Addiert man die aber alle aufeinander und fällt es aus, hat man am Ende auch ein recht großes Risiko, dass das irgendwie mal knallt. In Transparenz. Wir wissen zwar, dass Version 1.1 verlagd ist. Wir haben vielleicht die Change Logs geschrieben, aber wenn es soweit ist und es ist was kaputt, muss man sich trotzdem in diese große Anzahl an Änderungen reinarbeiten. Wir haben getestet vorher, wir haben unsere Standard-Flows getestet, aber bin dann nie so ins Detail gegangen, weil, wie gesagt, die Entwicklung schon länger her lag und die Personen, die es betreut haben, nicht alle Details kannten der Entwicklung. Wallbacks ging dann auch nur komplett und niemals separat, weil man hat ja ein großes Release und konnte sich da nicht die Impulse bieten. Der Wörter bei Happiness, wie schon beschrieben, der Prozess war ineffizient und voll mit Kommunikation und Wartezeiten. Es war eigentlich niemand so richtig glücklich damit. Im Release war eher immer ein Gewirr und keine Freude. Das ist vorbei. Also, wir wollten was ändern, wir mussten was ändern, wir wollten agiler werden und wir wollten viel, viel öfter releasen. Also, was haben wir gemacht? Wir haben jede Änderung angefangen, aufzurollen. Die Änderung heißt natürlich ein abgeschlossenes Ticket, nicht einzelne Kommits, also es müsste schon eine sinnvolle Größe haben. Und das wurde dann getestet und Rollout. Die größte Änderung, die dann so organisatorisch gemacht haben, ist, dass eine Person hat von vorn bis hinten in diesem Prozess die Ownership und die Verantwortung. Die Basis, den Code schreibt, ist dafür verantwortlich, mit dem Tester zu reden, ist dafür auch verantwortlich, dass der Rollout passiert. Aber nicht mal wie vorher, man übergibt es nicht, sondern man leidet es von vorn bis hinten selber. Und dabei ist relativ schnell klar geworden, wir können diesen Testing-Step mit QA und Abnahme eigentlich optional machen. Denn eine Änderung, die vielleicht unserem Backend relevant sind, die eine Art Verfügung stellen und nicht aktiv und freundlich genutzt wird, die muss man nicht so intensiv testen und die brauchen auch keine Abnahme. Dadurch konnten wir unsere Prozesse auch ein bisschen parallelisieren und auch blanken. Also bloß dann testen wird es auch wirklich nötig. Hier nochmal ist unser GitHub-Lauf. Das hat dann damit nicht funktioniert. Wir sind dann auf GitHub-Flow gewechselt. Der hat immer noch ein Master-Crunch. Wie man schon sieht, keine Versionsnummern mehr. Die haben wir relativ schnell aus dem Fenster geworfen, weil die Versionsnummer war dann einfach der Timestamp der Veröffentlichung. Feature-Entwicklung soll sofort live gehen, geht zurück in den Master-Crunch. Das Feature ganz genauso. Wenn ein Hotfix passieren muss, unterscheidet sich das eigentlich nicht von Feature-Entwicklung. Das ist ein sehr großer Vorteil in meiner Meinung nach, weil dann, wenn es wirklich mal was schief geht, die geübten Prozesse benutzen kann und mich plötzlich auf einen anderen zu schränken muss, der nicht sehr häufig vorkommt. Das ist jetzt für so einen Release verantwortlich. Hier gibt es die Person, die den Code gestiegen hat, doch das Wallout. Aber die Aufgabenliste ist viel, viel kleiner. Man muss nicht mehr das erstellen. Man muss noch mit dem Tester reden. Ist aber einfacher, weil ich weiß, um was es geht. Ich brauche keine Hilfe, auch kein Proxy mehr, damit er mir dabei hilft. Das ist mein Code. Das habe ich mir im Team geschrieben, aber dann wissen wir auch alle im Team, um was es geht. Bugs fixen ist auch viel einfacher. Gangstock schreiben fällt weg. Wallout machen, Hotfix und das ganze Quantis-Update brauchen wir nicht mehr. Zero-Updaten ist viel einfacher. Man updatet nur sein Eignis-Ticket und man macht es auch nicht mehr. Vier macht es bloß für das Projekt, in dem man gerade war. Meistens arbeitet man ja eigentlich nicht an allen Vieren gleichzeitig. Das heißt, wir können durch so ein Release so schnell machen, dass er es innerhalb einer Stunde machen muss. Das ist mir eine Folie durcheinander. Das heißt, wir haben es so geschafft, dann die Release natürlich am Tag zu machen. Und das hat uns viele Vorteile gebracht. Ein Vorteil ist die Bursche. Das ist auch für mich eigentlich die allerbeste und größte Änderung. Ein Entwickler bräumt seinen Code von Anfang bis Ende und hat auch innerstes Interesse. daran und den Wegen, dass das gut rausgeht. Weil er muss ja den Wallout freuen. Das heißt, er testet das vorher nochmal ordentlicher und er hat generell Interesse daran, dass das gut wird, weil sonst Hektik, Wallback möchte man vermeiden, wenn man es dann in der eigenen Hand hat. Es gibt keine Wartezeiten mehr und die Zugänglichkeiten sind immer. Weil die Person, die den Code geschrieben hat, kommt sich auch um das fixen. Risiko. Risiko ist geringer geworden, weil wir jetzt die Releases einzeln machen und tatsächlich dann jedes kleine Release auch bloß das kleine Risiko hat schief zu gehen. Das modiert sich nicht mehr auf. Transparenz ist jetzt viel mehr gegeben, wenn wir um zwölf ein Release gemacht haben. Und zwölf auf fünf sind unsere Mitträgen umgekippt, irgendein komische Arrowrate geht hoch. Und ganz genau, es war das Release um zwölf. Und haben auch nur eine sehr kleine Menge an Code, die wir durchsuchen müssen, um den Bugfix zu machen oder um den Wallback zu machen. Wir haben nicht mehr so einen großen Heuhaufen, der durchsucht werden muss, wenn man es schiebt wird. Developer Happiness, es hat geholfen, das Team glücklicher zu machen. Das liegt zum einen daran, dass die Prozesse jetzt gestrachter und effizienter sind. Zum anderen liegt es aber auch daran, dass Menschen dann To-Do-Listen abhagen und man jetzt quasi sein Team komplett von Anfang bis zum Ende durchziehen kann. Das ist fertig, man weiß, dass es funktioniert, man kann sich der nächsten Aufgabe widmen. Und man muss nicht immer im Hinterkopf haben, oh, in drei Wochen muss ich mich darum, der ich nochmal kümmern, wenn wir feststellen, dass es im Zusammenspiel mit den anderen Dingen, die wir zwischenzeitlich gemacht haben, doch irgendwie zu Problemen kommt. Um so arbeiten zu können, braucht man Voraussetzungen. Und die wichtigste Voraussetzung ist das Empowerment des Teams, des Entwicklerteams. Dem Team muss man eine gewisse Eigenverantwortung und eine gewisse Freiheit geben. Damit sie in der Lage sind, die Entscheidungen, wann muss getestet werden, was können wir aus und selber treffen können. Wenn man zehn Releases am Tag macht und die müssen alle irgendwie abgenommen werden, stellt man sich auch wieder selber im Weg und verlangsamt die Prozesse. Selbstorganisation ist wichtig, die Absprachen müssen funktionieren zwischen den Entwicklern und den Testern. Man muss sich doch mal abbrechen, wo kann ich das zuerst releasen. Hier können es Probleme geben, das sollten wir trennen von den anderen. Das muss das Team selbst organisieren und selbst absprechen können. Vertrauen dem Team gegenüber, sonst fühlt man nicht mehr ruhig, wenn das so funktioniert. Und man muss natürlich auch die Kompetenz im Team haben, dass das so auch funktioniert, dass alle Entwickler, die die Kompetenz haben, von vorn bis hinten den Release zu machen. Zero-Downtime-Deployers sind ein wichtiger Faktor. Das unterschätzt man manchmal vielleicht ein bisschen oder achtet man nicht so drauf, wenn man selten Releases macht. So sah es bei uns zuerst aus. Server ist, also die kurze Linie ist die Zeitleiste. Der Deployer hat gestartet, Server startet durch, die Dienste startet durch und in der Zeit können natürlich keine Requests entgegengenommen werden. Das ist kein Problem, wenn man das nur einmal im Monat macht, dann kann man sich einen paar Sekunden-Downtime erlauben. Wenn man zehnmal am Tag macht, ist das schon ärgerlicher. Wir machen das jetzt. Wir sind auf Kubernetes gewechselt, auf eine Virtualisierungslösung. Das heißt, ein Notbrenzer auch noch davor, der zeigt, ob die Instanzen, die laufen, links davon, die grauen Server, und quasi die neu hochgefahren werden, neuen Software-Bestern, und wenn die laufen, schwenken wir um auf die und die eigentlichen Server ohne Probleme wegräumen. Das funktioniert nicht, wenn man viel und häufig komplexe Datenbankänderungen macht, wie die Schemas zu ändern, beziehungsweise muss man sich da noch mehr Gedanken machen, wenn man es auch mit der Datenbank auf die Reihe bekommt, weil sonst der Code hier immer auf dieselbe Datenbank zugreift und dann der neue Code nicht mehr zur alten Datenbank passt, bevor die Integrationen so durchgelaufen sind. Also, da muss man ein bisschen aufpassen. Kommt bei uns viel mehr vor, als wir anfangs befürchtet hatten, wenn es soweit ist, machen wir es früh morgens und nehmen dann eine kurze Dorn-Termine-Go. Continuous Deployment. Damit das funktioniert, braucht man Bild- und Testpipelines, die automatisiert durchlaufen. Damit da keine manuellen Prozesse mehr nötigen sind. Und Master muss natürlich zu jedem Zeitpunkt deploybar sein. Es muss auch schnell genug laufen. Ob wir auf Release Early und Release Often umgeschwenkt sind, haben wir ungefähr eine halbe Stunde für den Deployment gebraucht. Dann wäre dieses am Tage schon ein bisschen eng, wenn man in acht Stunden halten würde. Jetzt haben wir es durch Optimierung geschafft, auf unter zehn Minuten zu kommen. Könnte noch ein bisschen schneller gehen, weil je länger diese Pipelines laufen und je mehr Releases passieren, desto länger wird dann auch immer die Warteschläge mit zehn Minuten warten, bis ich dann wieder deployen kann. Ich habe zwar gesagt, dass das Risiko sinkt, aber auf der anderen Seite kürzen wir natürlich auch ab und lassen manchmal das Testen weg und es ist nicht ganz so intensiv, wie wir es davor gemacht haben. Das heißt, man muss seine Fehler im Blick haben. Das ist ein Screenshot für uns, das hängt auf einem großen Display in unserem Büro. Wir halten uns, sagen wir, die vorgeschlagenen Signals. Hier einmal links oben die Latenz, rechts oben die Requests, die reinkommen und die Aberrate. Was gefehlt ist die Situation. Die ist für uns nicht so wichtig, weil wir im Rechenzentrum laufen und dann extra Themen dafür haben, die das im Auge haben, also wir betrachten besonders unsere Applikationen. Dann haben wir noch diese Striche drin, ein blaues Zimmer und ein Deploy. Und ein Rundstrich ist, wenn ein End-to-End-Test fehlt, die wir per Rund gegen die Produktion laufen haben. Und auf die Arte können wir relativ schnell sehen, wann ja was schief geht, wenn irgendwelche Grafen nach oben gehen. Idealerweise natürlich die Errors auf Null, sodass jeder kleine Peak einen Fehler anzeigt, aber naja, weiß nicht, wie es ist, so ganz fair, vielleicht ist es immer nicht. Und last but not least ist ein Vorteil, den wir jetzt haben, sehr, sehr schnell teilen. Wenn man diese Reinkaufen endet, das fängt für uns das letzte Video noch ab, was wir haben, wenn wir massiv gehen, okay, wir wissen, wir sind in aller Städten, das sind zwei Minuten wieder leicht. Das heißt, hier wird nichts Schlimmes passieren. Es gibt auch das gute Gefühl, hier auch mal was auszuprobieren, ohne dass wir gleich die Offline sehen. Ja. Das war eine kurze Geschichte von bis Monat zu zehn Jahren Tag. Ich hoffe, es war interessant. Kommen jetzt noch Fragen? Du warst am Ende etwas schlecht zu verstehen, Alessandra, deswegen habe ich die letzten Satze nicht bekommen. Aber wir haben Fragen für dich. Hörst du mich? Niken wir bitte kurz? Ja, ich würde mich. Gut, wunderbar. Gut. Die Fragen sind, ich würde sagen, wir haben zwei Fragen, die können wir eigentlich schon fast weit beantworten, denke ich. Tja, macht ihr vor jedem Release noch Datenbankbekämpfung? Oder wie geht ihr mit Datenbankänderungen vor, die potenziell zu Datenverlust führen können? Wir machen prinzipiell vor jedem Release ein komplettes Datenbankbekämpfung. Okay. Und wenn man sich potenziell zu Datenverlust führen kann, ja, dann machen wir es ein bisschen gesondert, also das machen wir dann schon mit spezieller Aufmerksamkeit zu einem Zeitraum, wo wir uns auch mit Downtime einplanen können, falls es überhaupt dazu kommt. Okay. Und die zweite Frage wäre, wie macht ihr Rollbacks, wenn man beim Release die Datenbank mit Flyway hin zum Beispiel migriert wird? Migration, das ist ein bisschen dieses Konzept. Wir versuchen quasi immer unseren Code kompatibel zu halten zur Datenbankversion. Das heißt, wenn wir eine Migration machen, erst die Migration ausrollen, dass die Datenbank anpasst, an den Code anpassen und irgendwann die Datenbank wegräumen, sodass wir den Code immer wieder zurückrollen können und trotzdem eine kompatible Datenbank. Okay. Ich hätte noch eine dritte Frage, die ich gerne stellen würde. Ist denn das so, dass das wirklich immer funktioniert mit den täglich zehn Releases? Oder kommt es dann im Zusammenhang mit Infrastruktur oder größeren Framework-Änderungen doch auch wieder zu den Momenten, wo es für mehrere Tage nicht möglich ist, einen Release durchzuführen? Oder kennt ihr diesen Effekt vor nicht? Also ich kenne das aus vielen Firmen, die relativ kleine Release-Zyklen umgestellt sind, dass sie doch in gewissen Abständen dann in das alte Muster zurückfallen oder zurückfallen müssen. Kennt ihr das auch in diesem Effekt? Wir haben es, also wir machen es jetzt seit eineinhalb Jahren und wir haben es tatsächlich geschafft, dann nicht zurückfallen zu müssen. Ich weiß nicht, ob es Glück war oder gute Planung, aber bis jetzt haben wir es immer geschafft, einen Weg herumzufinden. Aber wir versuchen das auch sehr zu forcieren. Also es ist uns wichtig, dass das so klappt. Gratulation. Das finde ich sehr gut. Es wäre schön, wenn das überall immer so klappt. Wir bringen uns los, dass es immer nicht. Ja. Gut. Damit sind wir durch alle Fragen durch. Danke, Alexander, für deinen interessanten Vortrag. Wie ihr euch ja gehört habt, wenn ihr dann nochmal Feedback geben wollt, jetzt gibt es die Umfrage, die der Markus sicherlich gleich aktiviert. Genau, da kommt die erste Frage. Hat dir der Vortrag von Alexander gefallen? Da kommen schon die ersten Antworten rein. Das gibt gleich noch eine zweite Frage, wo ihr Text schreiben könnt. Und dann gibt es ja auch noch was zu gewinnen gleich. Und wenn ich das nochmal sagen darf, es gibt ja auch nachher die Möglichkeit noch im Vortrag, wie Alexander Schock, du bleibst so lange, dass wir dann nachher noch mit Alexander reden. Genau, ich habe jetzt gerade noch die zweite Frage. Da könnt ihr Freitext-Feedback eingeben, wenn ihr noch etwas mitteilen möchtet. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten bis zum nächsten Talk gleich. Noch drei Minuten. Das heißt, ich lasse das noch einen Augenblick stehen, dass ihr hier in Ruhe schreiben könnt. Ich nehme mir an, der hat sich mitgeschrieben und müsste es jetzt nur noch pasten. Das wäre natürlich super vorbereitet. Ich würde die Frage auch selbst gestellt werden. Aber wir haben schon einige Antworten reinbekommen. Also das ist sehr, sehr toll. Da haben wir natürlich auch dann eine Win-Win-Situation, dass auch die Speaker hier einiges mitnehmen können. Kann ja schon mal kurz sagen, du hattest, glaube ich, ein bisschen Bandbreitenprobleme. Ich glaube, mit Präsentation und Webcam gleichzeitig war ein bisschen knapp. Wir hatten da am Schluss bei der letzten Folie, wo das Video mit eingebettet war, da hat man das dann gemerkt. Ja, das hat ja Verbindung gebraucht. Aber das ist jetzt eher was. Ja, tut mir leid. In der Technik steckt man ja nie so wirklich drin. Gut, dann werde ich jetzt noch zur Verlosung das starten. Wer an der Verlosung teilnehmen möchte von dem Java-Spektrum-Abonnement, der möge bitte seinen Namen und seine E-Mail-Adresse eintragen. Müsst ihr natürlich nicht, wenn ihr nicht wollt, aber ich finde das eine coole Sache, was Jack hier zur Verfügung stellt. Genau, ich habe bei uns vielleicht nicht so viel gelesen, die E-Mail-Adresse werden natürlich nachher auch wieder aufgenommen. Und die Zeit können jetzt schon die beiden aus Österreich nutzen, schon mal Bildschirm teilen, Webcam einschalten, schon mal parat machen. Hallo Dominik, hallo Javid. Hallo. Hallo. So. Ich übergebe dann schon mal an euch die Slides. Da sind sie auch schon. Da kannst du dann weiter blättern, Dominik. Ja, perfekt. Ja, herzlich willkommen auch aus Österreich. Wir sind aus Wien. Wir sind das Java-Vienna-Mieter. Wie man vielleicht beim Logo schon sieht, geht es bei uns um Java, natürlich in Wien. Bei den physischen Meetups haben wir immer sehr viel Bier da. Also das habt ihr vielleicht in Chechu mitbekommen. Sprich, mit zunehmendem Fortschritt vom Abend wird der Abend auch immer lustiger. Deshalb steht auch das Fun hier am Schluss. Ja, ursprünglich sind wir gegründet worden 2008 als Java-User-Group von Studenten. Seit 2015 sind wir jetzt als Java-Vienna-Meetup auf der Partform Meetup präsent. Ohne Corona haben wir einmal pro Monat ein physisches Meeting und dieser Vortrag hier ist jetzt quasi der erste richtige Online-Vortrag, den wir haben, seitdem dieses ganze Schlamassel angefangen hat. Aktuell haben wir circa 2.400 User auf Meetup und normalerweise zwischen 40 und 100 Teilnehmer pro Meeting. Falls ihr in Wien seid, ich hoffe, ab Oktober können wir wieder ganz normal Meetings machen. Ja, der schnellste Weg zu unserer User-Group ist über java.wien, also einfach im Browser eingeben. Es ist nur HTTP, weil es einfach nur eine Weiterleitung ist. Also keine Sorge, keine Daten werden irgendwo gelockt. Und ja, kurz noch zu unseren Sponsoren. Wir haben leider nicht so viele Fördermitglieder wie alle anderen User-Groups, die heute vortragen, sondern im Grunde genommen eigentlich nur zwei Sponsoren, die uns Geld geben. Das ist zum einen Willhaben, das ist quasi das österreichische Ebay und das IBM Client Innovation Center, ja, IBM, die Applikationen entwickeln. Nachdem unsere Meetings immer auf der Technischen Universität Wien sind, ist deren Logo natürlich Arta auch hier dabei und JetBrains gibt uns immer Lizenzen zum Verlosen. Ja, das Start des heutigen Abends aus Wien ist der Javid. Er ist ein Oracle Certified Professional Java 11 Developer und sogar ein Certified Spring Professional. Der Javid arbeitet bei der Firma Atos und ich bin mir sicher, wird es im folgenden Vortrag, wo es um seine Spring Tricks geht, noch ein bisschen zu sich selbst erzählen. Dementsprechend, David, das Stage is yours. Hat ja. So, ich präsentiere gleich meine Aspholien. So, ich glaube, ihr könnt das wahrscheinlich schon sehen. Und ja, also hallo allerseits. Ich darf euch ein bisschen über Spring erzählen. Ich wurde ja schon vorgestellt, also das überspringe ich gleich. Und worüber wir heute, also was wir heute alles besprechen werden. Als erstes erzähle ich euch ein bisschen über EOP und dann wird ein kleines Beispiel sein, wo ich mit Hilfe von Annotations Login aus dem Code rausnehme. Dann erzähle ich euch ein bisschen über Spring Events und wie einfach die eigentlich in Spring sind und wie als Folge dessen unser Leben so viel einfacher werden kann. Und schließlich, da wir Entwickler sind und wir geben ja nie zufrieden mit fertigen Lösungen, schreiben wir mit Hilfe von BIN Post Processors unsere eigene Customer-AP-Lösung. Also, los geht's. Taking the cross-cutting concerns out with Spring-AP. Was bedeutet das? Also, cross-cutting concerns sind Sachen, die in unserem Code quer verstreut sind, wie zum Beispiel Logging, Caching, Transactions. Also, man findet diese in jeder zweiten Methode, hat aber mit der Sinde-Methode nichts zu tun. Sprich, Uncle Bob unhappy. Und EOP, das heißt Aspect-Oriented Programming, ist auch eine Paradigme, die erlaubt, die bieten uns die Möglichkeit, zumindest die Motivation, dass wir diesen zusätzlichen Code, also quer verstreutenden Code, aus dem, aus unseren Methoden rausnehmen, in irgendwelche separate Konfigurations-File und dann, es wird in Runtime zugefügt. Und das machen wir eben gleich. Ein schneller Überblick, was wir alles tun müssen, beziehungsweise werden. An erster Stelle, choose a joint point. Joint point ist einfach die Methode, oder zumindest in Spring kann das nur eine Methode sein, ist eine Methode, die wir targeten möchten. Das heißt, es ist unsere Target-Methode und in unserem Beispiel, Logging wird dazu zugefügt. Dann define a point card. Point card ist ein Prädikat, sprich ein Boolean-Expression, der einfach sagt, true oder false, also ja, true, bitte zu dieser Methode unser Code zufügen. Und schließlich müssen wir unser Advice definieren. Advice ist das tatsächliche Code, das wir zufügen möchten. Also in dem Beispiel Login. So, hier natürlich, allererster muss man eine entsprechende Dependency reinholen. Wie ihr hier seht, Spring-GP benutzt unter der Haube Aspect-J. Das heißt, Spring-GP ist eigentlich eine beschränkte Vision von Aspect-J. Beschränkt heißt, es kann einfach weniger. Und zwei, also ich würde sagen, der erste wichtige Unterschied ist, dass Spring kann nur Methoden targeten. In Aspect-J könnt ihr alles targeten. Also Fields, Constructors, Static Initializers, you name it. Und zweiter wichtiger Unterschied wäre das Weaving-Time. Weaving ist das Prozess von Zufügen von dem zusätzlichen Code zu dem Target-Code. Also das macht Aspect-J in Compile-Time. Dafür braucht ihr aber einen zusätzlichen Step. Einen zusätzlichen Build-Step. Das heißt, wir müssen unser Bildverfahren ein bisschen anpassen. Spring macht das alles in Runtime. Das heißt, das ist für uns erleichtert zu implementieren. Wir müssen unser Build überhaupt nicht ändern. Dazu ist aber weniger performant. Da kriegt man gleich auch die Frage, was sollte man dann nehmen? Ich würde sagen, nehmt Spring, benutzt es. In absoluten Mehrheit der Fällen wird das völlig reichen. Und in seltenen Fällen, wo es eure Requirements aus irgendwelchen Gründen nicht abdecken kann, solltet ihr euch ja an Aspect-J wenden. So. Also wir beginnen gleich mit einer Marker-Annotation. Marker, weil sie eben nichts anderes tut, außer die Methoden zu markieren, die wir eben targeten werden. Und für diejenigen, die mit Annotations ein bisschen weniger Vorhang haben, die definiert man genauso wie ein normaler Interface, nur man bekommt ein kleiner, also man schreibt ein kleiner Ad davon, davor. Und es gibt noch ein paar Regeln, die aber zu unserem Beispiel nicht relevant sind. Und hier, ich beschränke die Target auf die Methode, weil wir in Spring-GP nur die Methoden targeten können. Und bei Default sind Annotations und Runtime nicht verfügbar, außer man diese mit einer entsprechenden Retention-Policy eben definiert. Und als nächstes müssen wir nur unsere Aspect-Klasse definieren. Aspect-Klasse ist einfach die Klasse, wo unsere ganze EAP-Konfiguration sich befindet. Also Spring weiß, dass er in dieser Klasse die ganze EAP-Konfiguration suchen muss. Und als erstes definiere ich mein Point-Guard. Wie gesagt, Point-Guard ist ein Prädikat. In dem Fall sage ich bitte, man gibt True bei jedem, bei jeder Methode, die mit diesem Annotation annotiert ist. Und einfach fully qualified passt zu meiner Annotation. Und dann habe ich zwei Advices, at before und at after returning. Und die tun genau das, was eben die Namen sagen. Und zwar gleich vor der Methode und gleich nach der Methode, die Loggen entsprechen der Log-Messages. Diese GetLogger-Methode ist einfach eine kleine private Methode, um die Target-Klasse-Namen in das Logger reinzubringen und nicht Logging-Konfiguration.class. So, jetzt zum Beispiel, ich definiere irgendwelches Beispiel-Service. Die hat irgendwelche Beispiel-Methode und diese macht einfach mein System-Auto-Konsole mit einem Bing-Executed. Die wird jetzt mit AdLogable annotiert. Und das reicht eigentlich dafür, dass das alles läuft. Und in dem Fall, also ihr könnt das gleich sehen, es wird gleich bevor und gleich after, also Springer-IP übernimmt das Login für uns. Also, ganz praktisch würde ich sagen. Wichtig zu wissen, Springer-IP funktioniert durch Proxys. Das heißt, der Caller, der ruft nicht mehr die Target-Klasse, sondern die Proxy-Klasse. Proxys können, also, es ist aber wichtig, dass der Caller überhaupt nicht mit, also, so ist das programmiert, gell? Dass Caller überhaupt nicht mitbekommt, dass es nicht mehr mit Target-Klasse arbeitet. Und da es aber eine typisierte Sprache ist, kann das nur durch Interfaces oder Subclassen gereicht werden. Entweder muss Proxy eine alternative Implementierung eines Interfaces sein, die Target-Klasse auch implementiert, oder Target muss eine Superklasse von der Proxy sein. Das hat aber zwei Folgen. AFP wird nicht mit Final Classes oder Methoden arbeiten können. Und In-Class Invocations, In-Class Invocations heißt, eine Methode in dem Target, ruft direkt eine andere Methode in dem Target. Die werden vom Proxy nicht gesehen. Deshalb können die auch vom Proxy ganz natürlich nicht intercepted werden. Und demnach keine Callbacks. Die zwei Sachen sind, ja, wie gesagt, wichtig zu wissen, weil wenn ihr diese Regeln bricht, werdet ihr keinen Error bekommen. Einfach, absolut, also lautlos werden, eure AFP, wird AFP nicht funktionieren, an der Stelle. Und das ist in Spring nicht nur hier wichtig, sondern zum Beispiel auch in Transactions. Transaction Annotations funktionieren in Spring auch durch AFP, folgenden gleichen Regeln. Und wenn man auf Stack Overflow schaut und schaut, irgendwelche Fragen, wieso funktioniert meine Transaction nicht, oft ist der Fall, dass eine von diesen zwei Regeln eben gebrochen wird. So, Spring Events. Was man alles machen muss, um ein Spring Event Klasse zu kriegen. Oder zuerst sogar, wofür brauchen wir das überhaupt? Sagen wir, wir haben ein Beispiel. Ja, also wir haben so einen Fall, wo wir ein Payment received haben. Das heißt also, wir haben Geld bekommen und wir sollen gleich mehrere Stellen eine Notification geben. Sagen wir, unsere Buchhaltung will das wissen, wir müssen das zur Datenbank persistieren und unsere Warenlage will das auch wissen, damit eben die Waren verschicken kann. Also wir haben gleich mehrere Stellen, die alle von dem erfahren müssen und wir könnten natürlich das alles in eine Methode verpacken, aber dann wir increase the coupling und es ist wahrscheinlich nicht die flexibelste Lösung. Eine Alternative ist natürlich Events, weil wir müssen, wir können ein Event erzeugen, und alle Listeners von diesem Event werden gleich diesen Event bekommen und bearbeiten können. Also ein Standard Observer Pattern und das ist super einfach, man muss nur eine Eventklasse definieren, einen Eventpublisher auch schreiben und dann zumindest eine oder mehrere Event Listeners eben definieren. Und als erstes upgrade ich meine Annotation, damit die jetzt auch eine Log Value bekommt und jetzt wird, damit ich das ausloggen kann, einfach weil ich auf der Monatation bauen wollte. Und jetzt habe ich eine andere Aspektklasse, diese Aspektklasse, der Unterschied ist nur das, das hier habe ich nur weit bevor und das tatsächliche Value, heißt sprich Log Message, wird ausgeloggt. Und hier definiere ich einen entsprechenden Event, der extended von Application Event von Spring und hier kann man irgendwelche Attributen setzen, man könnte ein DTO setzen, alles mögliche, für meine Zwecke reicht ein irgendwelches String Message und hier definiere ich meinen Publisher. Also Publisher ist einfach ein Komponent, der bekommt Application Event Publisher von Spring Autowide, wobei man muss sagen, hinter den Kulissen ist es immer noch Spring, das alles Publisht. Application Event Publisher ist nur so ein Interface, das erlaubt uns mit Spring für diese Zwecke zu kommunizieren und in dem Fall wir kreieren eben das vorher definierte Klasse und publishen diese und ich logge es einfach bevor, damit wir das auch das Prozess ein bisschen verfolgen können, an der Stelle haben wir Payment Received und entsprechend das Event erzeugt und hier ist einfach unser Event Listener und diese implementierte Application Listener somit weiß Spring dass der ist ein Listener von dem Typ und jedes Mal wenn dieses Event erzeugt wird kreiert man also wird on Application Events fired und das Event wird bearbeitet und auch wieder ich logge das einfach und wie ihr hier seht alles funktioniert wunderbar wir kriegen zuerst eine Payment dann wird also wir publishen das zuerst das wird gelockt dann der Listener bekommt das und dann schließlich wird das hier bearbeitet und eigentlich an vorherige Stelle bearbeitet mit einem mit einem Assault Event Publishing ist bei Default in Spring synchron gehandelt das heißt ihr müsst euch keine Sorgen über Inconsistent States oder irgendwas ähnliches machen das macht natürlich das sehr bequem Advantage ist wie gesagt Loose Coupling wir können wirklich davon profitieren Disadvantages das habe ich aus einem Buch das ich für meinen Magister mal lesen müsste dass man eventuell mehr Code schreiben muss ganz ehrlich wenn man davon Angst hat in Java viel Code zu schreiben hat man womöglich eine falsche Sprache erwischt aber ja und jetzt mein eventuell Lieblingsthema Postprozessors um Postprozessor zu erklären muss ich euch schnell einen Überblick über Spring Bin Lifecycle geben also wie funktioniert überhaupt wie werden Bins in Spring überhaupt erzeugt als erstes startet der Container unser Lieblings Spring danach werden alle Definitions geladen Definitions können natürlich in XML in Java Configuration oder wie in meinen Beispielen mit Annotations definiert werden egal alles wird geladen danach werden die mit Bin Factory Postprozessor bearbeitet ein Beispiel dazu ist natürlich Property Sources Placeholder Configuration Property Sources Placeholder Configuration ist ein Bin Factory Postprozessor der an der Stelle sag mal ihr habt irgendwelche Properties aus dem Properties File rein injectet mit Ad Value also der bearbeitet diese und stellt die richtigen Properties da rein dazu sage ich gleich wie kann man wie kann man gleich sagen ob eine Klasse aus dem Spring kommt ganz einfach sie muss diese muss zumindest 20 Buchstaben haben prinzipiell ist das so wenn auch immer ein langes Wort sieht es ist entweder ein deutsches Wort oder Name des Spring Klasse gut das musste sein nächster Punkt ist instantiation also werden unsere Beans an der Stelle tatsächlich instantiert dann bringen wir alle Properties setzen wir alle Felder rein Punkte 6 bis 8 sind eigentlich nicht sehr wichtig das ist nur man könnte diese Interfaces implementieren und dann würde man also würden diese entsprechenden Methoden gerufen und das was uns tatsächlich interessiert sind Punkte 9 bis 11 also Nummer 10 kennt ihr alle sicherlich das 9 bis 11 sind alles Post Prozesses Nummer 10 ist natürlich Post Construct das verwenden wir alle aber wir können auch ein Post Prozess implementieren und diese wird bei der Instantierung bei dem Lifecycle von jedem Bin gleich davon und gleich danach gerufen und genau das werden wir eben gleich tun um unsere eigene ARP zu schreiben so als erstes mache ich eine Annotation ich weiß nicht ob euch aufgefallen ist ich mag Annotations in dem Fall markiere ich das einfach als Post Processable einfach damit wir es unterscheiden können und ich kriege irgendwelche Komponent Klasse und annotiere irgendwelche Random Methode mit Post Processable und schreibe ARP ist Awesome als Value jetzt der Spaß beginnt hier wir definieren unseren eigenen Pin Post Prozessor indem wir diese Interface implementieren dann können wir diese Methode überschreiben bei der Methode schaue ich einfach weil wie gesagt die wird ja bei jedem Pin Instantierung gerufen und ich mache einen New Enhancer Enhancer ist eine Klasse aus dem Spring das uns ist Subclassing erlaubt ich setze die Target Klasse also Target Pin als Super Klasse weil wie gesagt ich muss ja ich muss ja ich werde hier ein ganz anderes Objekt returnieren also ein Proxy aber der Caller sollte das nicht mitbekommen deshalb Super Klasse setzen und dann setze ich meine Custom Callbacks und Create Custom Callback ist eigentlich eine Methode die ich definiert habe in dem Fall ich muss Messer Interceptor Interface returnieren das mache ich mit einem Lambda ich schaue wieder ob diese spezifische Methode post processable annotiert ist weil eine Klasse hat ja viele Methoden die Interessieren uns nicht und falls diese Methode eben diese Annotation hat dann bitte davor loggern und danach die tatsächliche Implementierung von der Superklasse aufrufen und das kreieren wir und gleich returnieren und das war's eben wie ihr seht es funktioniert hier also ganz genau nach dem Plan und ich würde sogar argumentieren dass diese Lösung sogar besser ist als Spring GP weil wir müssen nicht mal ein Dependency reinholen also falls euch bei der Arbeit jemals Spring GP nicht erlaubt erst das Job wechseln zweitens ihr könnt das hier benutzen und da sage ich danke Slides und Code sind hier unter den Links verfügbar ja wow super David Javid herzlichen Dank für deinen Vortrag wir haben ein paar Fragen bekommen und zwar die ist jetzt gerade weggesprungen wo ich sie vorlesen wollte ah jetzt ist wieder da oh nein ok also die erste ist das kommt jetzt ganz drauf an ob du sie die icons ähm eigentlich nicht ok also vielleicht kannst du an der Stelle einspringen würde mich auch interessieren ja ich habe sie im chat eigentlich eh schon beantwortet die Frage war was ist denn der große Unterschied zu CDI Interceptors und ähm effektiv gibt es keinen es ist einfach nur das gleiche Konzept mit anderen Annotations so dann gab es die Frage warum müssen die hier zwecklich aber ich sehe die Frage ob die ob die Möglichkeit besteht die Ausführung der listeners zu kontrollieren weil man kann ja mehrere listeners definieren und die werden tatsächlich naja es könnte natürlich sein dass man die oder bestimmen möchte ich habe mich eigentlich mit dem Thema nicht befasst also ob das ich bin mir sicher dass das geht ich weiß aber ich weiß aber ehrlich gesagt nicht also ja jetzt kann ich auf dieser Frage nicht beantworten leider weil von meiner Sicht es ist eigentlich mir ganz egal wenn ich einen Absorberpartner mache mir ist eigentlich wurscht welcher das als erstes bekommt das ist für mich irgendwie nicht der Sinn aber natürlich noch falls das eure Requirements sind ganz ehrlich ich würde sogar falls in Messaging Richtung denken wobei ja das musste man nachschauen gut ja wir sind jetzt leider fertig mit der Zeit falls noch wer Fragen hat Javid und ich sind nachher noch im Bondami bitte schreibt euch die Fragen auf wir werden versuchen die dann spät zu beantworten ja dann Markus machst du das mit der Umfrage bitte ja ich glaube die eine Frage die du gesucht hast da hattest du textmäßig beantwortet die findet man jetzt unter die war unter den beantworten ja also die Frage war quasi wie man herausfinden kann welches Event wo geworfen wird und wo subscribt und die Antwort darauf ist dass man nachdem das ja einfache Java Klassen sind einfach in der IDE find usages drücken kann und dann findet man das ganz schnell also sofern man eine einzelne Codebase hat und nicht irgendwie hunderte Lips oder so gut ja Markus bitte ja super Dankeschön ich werde jetzt zuerst mal die Feedback Fragen wieder starten und zwar zuerst wieder hat dir der Vortrag von Javid gefallen da kommen schon die ersten Antworten rein wunderbar danke für das tolle Feedback jetzt gibt das die zweite Frage wieder dort könnt ihr wieder einen Text erfassen ob ihr Feedback für Javid habt und wie gerade eben auch schon erwähnt habt ihr natürlich noch die Möglichkeit am Ende Javid auch zu treffen und ihm persönlich auch noch etwas zu sagen wenn ihr möchtet und während ihr dort das Ganze schon eingibt da kann ja Donato schon mal Webcam und Screensharing probieren ja Screensharing ist da wunderbar ich wechsle aber noch mal kurz zu den Slides das kann so laufen lassen das Screensharing gut wunderbar für euer Feedback ihr könnt ruhig weiter rein tippen ja jetzt sind wir aus der Schweiz dran unsere Java User Group ist in der glücklichen Lage dass wir recht viele Sponsoren haben weshalb wir recht viele Veranstaltungen machen können und auch solche Dinge wie BigMarker hier mit den Lizenzen zahlen können also deswegen auch noch mal einen herzlichen Dank an unsere Sponsoren die jetzt auch gerade in der für viele Firmen nicht leichten Zeit uns weiterhin unterstützen wir haben wie gesagt viele Events die wir machen teilweise bis zu 70 Events pro Jahr zwei weitere Events sind jetzt schon geplant der eine den seht ihr hier Connoissance Beyond Coaching und Cohesion findet statt am 25 und dann der nächste ist The Future of Programming von Uncle Bob der findet dann Ende Juni statt und The Future of Programming ist neuer Talk vom Uncle Bob und wir hatten ihn gerade eben auch schon glaube ich im Talk vom Jahr wie das er dort erwähnt wurde also wenn ihr Lust habt und Bock habt nehmt gerne auch daran teil auch von den anderen User Groups seid ihr gerne eingeladen ich poste mal die beiden Links hier in den Chat kostet nix außer ein bisschen Zeit und lohnt sich sicherlich ja das war's aber auch schon genug mit der Werbung und jetzt freue ich mich auf den Talk von Donato ich glaube du hast einen Slide wo du dich selber vorstellst ne dann sag ich nicht mehr viel dazu und wünsche dir viel Spaß dein Screen ist aufgeschaltet bis gleich Perfekt ich bin Donato Wolfisberg aus der Schweiz ich arbeite bei der CSS Versicherung mein Vortrag geht über Kubernetes Operators in Java und wie ich sie eingesetzt habe als Einstieg werde ich noch etwas über Kubernetes sagen was sind Ressourcen dann über meinen Use Case anschließend Custom Resources Custom Controllers was ist es wie wird es gemacht dann noch kurz einige Implementations Details und anschließend mit einer Demo abschliessen jetzt was ist Kubernetes so in einem Satz System für deklaratives Verwalten von Containern und Ressourcen das jetzt viel aussagekräftiger ist hier sieht man es auf einem Diagramm auf der linken Seite ist die Control Plane die ist eigentlich für die ganze Verwaltung zuständig und auf der rechten Seite die Worker Nodes das sind die Server auf dem die Container Runtime ist und eigentlich die ganze Arbeit dann auch letztendlich gemacht wird auf der linken Seite sieht man hier den API Server dieser ist das Herzstück von der Control Plane alle Schreib- und Leseaktionen gehen immer über den Cube API Server dieser ist auch der einzige der auf die Datenbank zugreift und dort liest und schreibt dann gibt es die Cube Controller Manager diese sind die Controller für die Standard Kubernetes Ressourcen was jetzt Ressourcen sind werde ich in einem späteren Slide noch sagen die letzte große Komponente ist der Cube Shettler dieser ist dafür verantwortlich auf welchem Worker Node welche Container gestartet werden sollen also für das Load Balancing der Container jetzt was ist eine Ressource hier im Beispiel sieht man eine Pod Ressource diese ist eine deklarative Soll Zustand Beschreibung eine Ressource besteht immer aus drei Teilen der erste Teil wäre jetzt hier den Kind und API hier sagen wir eine Ressource Pod diese ist relativ simpel mit diesen kann man Container starten dann haben wir Metadaten mit denen gibt man den Namen und den Kontext an und letztendlich noch die Speck und hier beschreibt man wirklich was die Ressource dann machen soll da sieht man jetzt auch okay wir wollen einen Container machen mit dem Namen Nginx und dem Image Nginx aber wie bringe ich das jetzt in das Cluster und was passiert da der einfachste Weg es in das Cluster zu bringen wäre mit CLI da kann man machen kubectl apply und dann den Pfeilnamen angehen und dann wird das zum API Server geschickt jetzt ist das beim API Server das erste das er machen wird ist es in die Datenbank rein zu schreiben von dort wird es von dem Controller raus gelesen der für die Pot Ressourcen zuständig ist und dieser schaut ob es valid ist und wird dann den Status auf Pending ist wird der Cube Schätzler dies merken und sich überlegen auf welchem Worker Node auf welchem Server die geringste Last ist und ihn dort zuordnen sobald diese Zuordnung stattgefunden hat wird der Cubelet dieses Servers auf dem es laufen soll das notifiziert merken und das letztendlich auf der Container Runtime den Container starten was ist jetzt mein Use Case für noch mehr Ressourcen in Kubernetes einzufügen der wäre ein Entwickler will eine Applikation deployen die auf eine zentrale Datenbank auf einen zentralen Datenbank Server zugreift heißt jetzt typischerweise kommt der Entwickler erstellt ein Ticket das an die Debit ausgeht dies wird mehr oder weniger automatisiert abgearbeitet und er bekommt auf dem einen oder anderen Weg dann die Zugangsdaten diese kann er dann bei seinen Ressourcen einbauen und diese schlussendlich in das Kubernetes Cluster deployen so würde das dann aussehen er hätte hier bei einem Worker Node im Container seine Applikation und die würde dann auf den Datenbank Server zugreifen der extern gemanagt ist jetzt wäre es aber eigentlich viel einfacher wenn er auch diese Datenbank Krierung direkt mit Kubernetes Ressourcen beschreiben könnte dies hat der Vorteil dass es nur ein Prozess gibt dass der Entwickler selber deklarativ beschreiben kann und für all seine Ressourcen die er braucht im gleichen Prozess verwenden kann sei dies Git Ops oder was auch verwendet wird mit Kubernetes Wie habe ich das jetzt gemacht ich habe zwei neue Custom Resources erstellt die eine wäre den Datenbank Server diese wird einmalig Cluster weiter erstellt von Infrastruktur und DBAs mit den Zugangsdaten für den Controller und der URL Dann gibt es noch eine zweite Ressource diese wäre dann die eigentliche Datenbank Custom Resource diese wird vom Entwickler erstellt sobald er eine Datenbank will diese beinhaltet den Speicher Rort wo er die Zugangsdaten haben will die generiert werden plus referenziert der auf einen Datenbank Server Wie könnte das jetzt aussehen was die Infrastruktur dann deployen muss wir sehen hier es sieht wieder sehr ähnlich aus wie im Pod es ist auch wieder einfach eine Ressource die aus drei Teilen besteht der erste wie wieder Kind hier sieht man jetzt unser Custom Kind ein Cluster Database Server auch wieder mit einem Namen und wieder mit einem Speck und hier ist der Host und der Port der Datenbank sowie der Typ wo man die Zugangsdaten findet jetzt ich als Entwickler wenn ich eine Datenbank brauche kann ich dann eine Datenbank Ressource erstellen mit dem Kind Database ich gebe wieder einen Namen einen Kontext und auf welchen Datenbank Server ich referenzieren will hier sieht man den Namen den Database Server Prod und wo ich die neu generierte Datenbank mit Zugangsdaten hingespeichert haben will ok aber wie sage ich jetzt Kubernetes dass ich eine neue Ressource habe Database denn diese ist nicht Kubernetes nativ für dies gibt es wieder eine neue Ressource das wäre jetzt nämlich eine Custom Resource Definition in diesem Kind kann ich neue Ressourcen in Kubernetes hinzufügen auch wieder einen Name und eine Speck und hier sieht man dann auch ok ich wähle eine neue Ressource mit dem Kind Database den wir dann auch verwenden können diese hat eine gewisse Group und eine Version und der eigentliche Inhalt was alles im Speck erlaubt wird den kann man mit einer Open API Spezifikation hinterlegen und gegen dieses Schema wird das immer validiert das wäre dann wie es etwa deployed aussehen würde man hat dann einen Container mit dem man hat dann die Ressourcen die hier in der Datenbank hinterlegt werden aber die sind bis jetzt einfach nur gespeichert die machen von alleine noch nichts dass wir jetzt hier auch noch das Behavior bekommen brauchen wir noch einen Custom Controller dieser ist dann dafür zuständig um zu hören okay beim Kubernetes API Server es gibt neue Datenbank Ressourcen dann agiert er und erstellt diese Datenbank falls sie noch nicht vorhanden ist und legt dann die Zugangsdaten wieder in der Datenbank über den Kubernetes API Server ab diese läuft auch in einen Container auf einem Worker Node typischer Weise ein Controller befindet sich eigentlich immer in einem Control Loop das heißt er geht immer zum API Server wartet bis Änderungen kommen geht mit diesen Änderungen und prüft den Sollstand gegen den Ist Stand hier noch mit den Datenbank ob sie schon erstellt wurde die Zugangsdaten schon im Cluster hinterlegt sind und versucht diesen Sollstand am Ist Stand anzugleichen jetzt in Java gibt man kann einen solchen Controller natürlich in jeder Sprache implementieren der REST aufrufen kann denn das eigentliche was man macht ist einfach mit dem Kubernetes API Server über REST zu kommunizieren in Java gibt es die Fabric 8 eine Library die einem viel Boiler Plate abnimmt und das Schreiben eines Controllers vereinfacht jetzt komme ich schon zur Implementation das heißt hier gibt es drei Teile das erste wäre unsere DTOs erstellen das heißt dass wir unsere Database Ressource auch dann im Code als Standard als normale Java Klassen verwenden können hier sieht man eine Klasse Database diese wird mit Annotationen und hier da sieht man hier wieder Kind Database und eine Klasse Database Speck wo gemappt wird dass der Inhalt diese Ressource dann auch in der Java Klasse zu finden ist als nächstes müssen wir noch auf Chains subscriben für das gibt es auch wieder von Fabric 8 eine Methode diese nennt sich jetzt Shared Index Informer da können wir angeben für welche Ressourcen das wir drauf hören wollen und unseren Listener mitgeben diese Methode wird dann immer aufgerufen sobald es ein Updick gibt und auch noch periodisch damit wir eigentlich immer in konstanten Prüfungsloop sind falls sich irgendwo etwas verändert dass wir das anschließend wieder korrigieren können jetzt haben wir mehrere Listeners jetzt eine für die Database dann gibt es noch eine für die Database Server und vielleicht auch noch eine für Secrets dass wir es immer angleichen können aber eigentlich das eigentliche Reconcilen wollen wir immer sequentiell machen dass wir keine Race Conditions haben das heißt die verschiedenen Listeners laufen in verschiedenen Threads und sammeln die Änderungen die abgearbeitet werden sollen und schmeißen die eine Work Queue diese wird dann vom Main Thread genommen und hier in die eigentliche Business Logik reingeworfen das wäre dann der Datenbank Reconciler die sind wir gegeben die Datenbank der Datenbank Server und das Secret dieser schaut soll und ist mit der Datenbank und versucht das abzugleichen jetzt am Ende sobald das abgeglichen ist und Änderungen gemacht habt werden wir ein neues Secret erstellen in dem dann die Zugangsdaten sind die der Entwickler bei seiner Applikation dann auch anziehen kann hier unten sieht man wieder die Fabric 8 Klasse mit der es aufgerufen wird und der Secret dann wirklich erstellt wird jetzt kommen wir zur Demo also ich bin jetzt als Entwickler unterwegs ich bin jetzt als Entwickler unterwegs habe hier meine Ressourcen geschrieben und will diese deployen sorry Donato dein Schirm ist nicht mehr geteilt jetzt jetzt kommt er super also ich habe jetzt hier meine Ressourcen das hier wäre ein Deployment das ist auch eine Standard Kubernetes Ressource wo man hier die Container drin angeben will es ist eine Abstimmungsanwendung um hier wieder das Image sieht diese könnte man einfach auch so starten würde funktionieren jetzt will ich aber dass noch eine Datenbank kreiert wird das heißt ich habe jetzt hier ein YAML erstellt vom Kind Database und sage okay erstelle mir eine Datenbank auf den Datenbank Server Database Server Prot diese wurde vorhin angelegt und sage schmeiße mir die neuen Zugangsdaten in folgender secret und hier im Backend Deployment sage ich dann okay setze im Container eine Environment Variable namens Database URL und nehme den Wert für diese Variable vom Secret das wäre wieder das gleiche was wir vorhin gesehen haben und dort die URL jetzt kann ich die ganze Applikation mit einem Command Deploy sieht man da auch schon die Container die gestartet wurden auch noch zum zeigen dass es auch funktioniert die anwendung ist die öffentlich verfügbar ich könnte jetzt hier auch hingehen und sie verwenden und für diese wurde jetzt eine eine neue datenbank erstellt die zugangsdaten hinterlegt und sie ist schon brauchbar und dies in weniger als zehn sekunden das dauert jetzt viel länger das aufzurufen jetzt noch zum abschluss ich finde custom resource ist ein sehr mächtiges pattern das man verwenden kann um den entwicklern die möglichkeit zu bieten selber über einen simplen prozess ressourcen anzulegen und zu verwenden jetzt würde ich wieder würde ich eine custom controller in java oder in golang umsetzen in golang wurden die meisten controller umgesetzt das heißt dort ist das umfeld mit den ressourcen die zur verfügung sind etwas größer aber die fabric 8 bibliothek ist eigentlich sehr gut und wenn jetzt in der firma schon eine ganze java pipeline und entwickler sind die gut sind mit java dann würde ich es sicherlich mit java umsetzen natürlich muss man aber nicht jeden operator selber erstellen denn es gibt auch schon einen operator ab und dort gibt es für ganz viele applikationen und auch einen für die datenbanken schon operator die von firmen erstellt wurden die man direkt verwenden kann ja danke fürs zuhören super dankeschön wir haben auch eine frage rein bekommen vom laurin er möchte wissen er committed ihr diese konfigurationen mit dem programm code und falls ja wie geht ihr mit unterschiedlichen staging umgebungen um also jetzt dieses diesen operator habe ich in meinem privaten cluster am laufen und committed die diese konfiguration mit dem programm code ich habe also die definition für den operator zu laufen zu lassen dies in einem helm fein separat und dann im cluster wird nur noch dieses helm chart das einmal generiert wird parametrisiert aufgerufen aber eigentlich die deployment charts sind separat vom programm code gehalten super dankeschön das ist momentan die einzige frage gewesen vielleicht oder kommt noch eine oder sogar zwei vom dominik ich nehme an der operator muss dafür ein dba admin secret haben da ja datenbanken et cetera erstellt werden oder ja genau also der user der braucht berechtigungen für datenbanken mit datenbank usern zu erstellen das ist dann aber nur der operator der sie hat und nicht die eigentliche anwendung die den operator nutzt richtig genau diese die die anwendung bekommt hat dann nur noch gescoped auf die einzelne datenbank rechte eine frage vom justin wo startet ihr die container eigentlich derzeit in einem lokalen kubernetes cluster oder in der cloud aws eks und co und falls ersteres wie lange habt ihr gebraucht um das kubernetes cluster aufzuziehen also jetzt in der firma wird es privat also auf unseren eigenen server gehostet und jetzt mein cluster befindet sich halb bei mir zu hause und halb auf hetzener server wie lange dass die initial konfiguration gebraucht hat also heutzutage bringt man sein kubernetes cluster relativ schnell initial zum laufen bis dann die ganze sie die sie die pipelines und integration funktioniert da wird die arbeit drin ja da ist nachher die arbeit drin ich glaube für lokal habe habe ich auch mini cube schon ausprobiert was da eigentlich auch eine ziemlich schöne sache ist wenn man lokal etwas schnell zum laufen kriegen möchte wunderbar vielen dank das war das bis jetzt anfragen sonst könnt ihr gerne noch weitere stellen bzw gleich im anschluss im wonder me mit dem donato direkt sprechen wie bei den anderen vorträgen werde ich jetzt wieder zwei umfragen starten zuerst einmal hat dir der vortrag von donato gefallen dort kannst du wieder entsprechend abstimmen ich lasse das einen kleinen augenblick laufen da kommen schon viele antworten rein das ist super und dann die letzte frage hast du feedback für donato da habt ihr jetzt kurz etwas zeit dort auch gerne etwas reinzuschreiben und oder wie gesagt gleich im anschluss mit donato selbst zu sprechen so ich wechsle jetzt noch mal auf die slides zurück ja wir haben jetzt drei tolle vorträge gesehen von drei user groups und wie üblich speaker die kommen nicht von ganz alleine oder meistens nicht von ganz alleine und und wir von allen drei user groups sind immer auf der suche nach speakern auch neue speaker die einen vortrag halten möchten entweder einen kurzen vortrag oder auch einen langen vortrag zu allen möglichen themen von daher wir wollen euch we want you und ihr dürft euch gerne an uns wenden unsere webseiten die sind ja hier auch in der präsentation entsprechend genannt worden wir freuen uns wenn ihr uns äh entweder einen vortrag halten möchtet oder wenn ihr uns jemanden empfehlen könnt der einen vortrag halten soll oder auch wenn ihr ideen habt für themen die ihr gerne hören wollt dass ihr euch natürlich auch an uns wenden könnt und sagen könnt ey zu dem thema möchte ich jetzt gerne mal einen vortrag haben organisiert doch mal was und äh jetzt meinung bisschen werbung für unsere java user group hier in der schweiz wenn nämlich bei uns einen vortrag macht und dazu gehören auch heute alle drei speaker die drei speaker bekommen wie alle ein ganz tolles schweizer messer mit entsprechendem branding und ganz viel hunderttausend macgyver ähnlichen features bekommt ihr natürlich nach hause geschickt also überlegt euch mal ein thema wenn ihr auch so ein messer haben wollt dass ihr bei uns einen vortrag macht dann haben wir einen youtube kanal den findet ihr ganz einfach unter youtube.yuk.ch dort wird ein video der heutigen veranstaltung veröffentlicht ich denke die ein oder andere jack wird das ebenfalls veröffentlichen das wird ein paar tage dauern bis ihr das dort seht ihr könnt das entsprechend abonnieren und werdet dann benachrichtigt ja das war es im prinzip auch schon darf ich die anderen alle bitten noch mal kurz ihre kamera einzuschalten dass wir hier alle noch mal kurz zusammen kommen ah schon sind wir hier alle sechs wieder online das ist doch herrlich wir hoffen natürlich und wir laden euch ein jetzt im anschluss bei wonder me noch mit uns zu quatschen bei wonder me bildet man kreise von bis zu 15 leuten und alle können dann sich gegenseitig sehen gegenseitig hören und ihr findet dort auch die drei speaker für die drei speaker habe ich so im hintergrund die namen gemacht so dass ihr sie leicht finden könnt und ich wünsche euch noch einen schönen abend und vielen dank bis jetzt schon mal und bis gleich bis gleich bis gleich